Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop, Jahr 2019, Anfang 2020, nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession und berechnen die Horoskopen anderes. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen. Es ist anders als in westlicher Astrologie. Liebe Doriela, ich grüße dich, das ist dein Jahreshoroskop. Das Bild, was du siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild, in einem Geburtshoroskop, ändert sich nichts. Das zeigt den Sternenhimmel über dir in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Dieses Bild, ein Geburtshoroskop, ist einzigartig wie ein Fingerabdruck und zeigt dein Seelenplan. Dein Lebensweg, dein Schicksalsweg, das Ideale natürlich, das goldene Weg. Die Lebensbereiche, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden, das sind die wichtigsten Lebensbereiche in deinem Leben. Das ist dein Persönlichkeit, dann Werte, Selbstwertgefühl, Finanzen, dann dich behaupten gegen Konkurrenten und bestehen die Prüfungen des Lebens, außerdem Bildung. Dann ist wichtig, liebe Partnerschaft, wichtig ist Transformation, Ausland, Reisen, Spiritualität. Dann ist wichtig, Öffentlichkeit und Berufung und deine Wünsche zum Leben. Dieses Bild bleibt, was aber sich ändert, das bist du und machst du Lebensschritten in sieben Jahren Perioden. Alle sieben Jahre sind anderen Themen wichtig, andere Lernaufgabe haben wir, andere Einflüsse haben wir von außen. Und du befindest dich gerade in Krebsperiode und das heißt für dich ist jetzt wichtig, Familie oder auch mal Rückzug. Krebs bedeutet ist, die Gefühle bewusster wahrnehmen oder die Welt mit Gefühlen wahrnehmen. Auch die Intuition zum Entdecken und intuitiv handeln. Wichtig ist auch noch einen inneren Zuhause, einen inneren Tempel, eine Art Meditation, um deine Seele zu kümmern. Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich auch. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen und diese Bewegung nennt man Transit. Und dieser Transit, diese Bewegung löst immer wieder etwas aus im Horoskop und genau das schauen wir auch an. Bei Sonnenbewegung muss ich das korrekt beschreiben. Die Bewegung macht eigentlich gar nicht die Sonne, sondern unseren Planet Erde. Aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, wenn die Bewegung die Sonne machen würde. Ich starte jetzt Mai 2019 mit dem letzten Planet, unserem Sonnensystem und das ist Pluto. Pluto ist rückläufig. Diese Rückläufigkeit bedeutet entweder, dass etwas gebremst ist und sagt Stopp, halt mal ein bisschen an, überprüfe etwas oder sollst du was vergleichen. Diese Rückläufigkeit hat oft Themen von Vergangenheit, auch karmischen Themen. Pluto bewegt sich im Schütze. Ich setze Pluto jetzt hier im Schütze und aktiviere bei dir Themen, was zum dritten Lebensbereich gehört. Das sind Erinnerungen an die Schulzeit. Kann auch Themen sein mit Bildung, etwas lernen oder Wissen vermitteln. Hier ist ein Austausch von Informationen. Auch Medien kann ein Thema sein und wie du dich behauptest, anderen gegenüber, besonders Konkurrenten, Rivalinnen oder Familie, Nachbarschaft in deiner vertrauten Umgebung. Neptun lässt die Träume leben, vorausgesetzt ist, wir glauben daran. Neptun bewegt sich hier im Wassermann und das sind Kinderträume oder traumhaft schöner Bezug zum Kinder. Oder wenn du überlegst, was hast du früher gespielt hast, ist das vielleicht deine Berufung oder was möchtest du gestalten. Hier ist auch die Lebensbühne und auch die Kreativität. Und Neptun ist der Planet der Künstler, lässt uns inspirieren und mit Wassermann-Energie kommen auch die Ideen. Uranus bringt immer grundsätzlich Umbrüche und Veränderungen und das kommt oft plötzlich unerwartet. Uranus bewegt sich immer wieder. Das ist Neuanfang, das wäre wieder Energie. Aber hier im siebten Lebensbereich ändert sich etwas in Partnerschaft. Saturn ist sehr wichtig, weil Saturn lenkt unserem Schicksal, beeinflusst unserem Schicksal. Saturn ist rückläufig, kann bedeuten, dass wir Vorhaben etwas schicksalhaft verändern in unserem Leben. Oder treffen wir schicksalhafte Entscheidungen und diese Rückläufigkeit von Saturn bremst das. Und das ist ein Hinweis, es ist noch zu früh, es ist nicht der richtige Augenblick. Diese Rückläufigkeit kann auch bedeuten, dass kommt etwas zurück von Vergangenheit, Kontakte oder die gleichen Themen oder Erinnerungen. Oft sind das auch karmischen Erinnerungen. Saturn bewegt sich hier im Schütze. Die Themen sind gleich wie bei Pluto. Außerdem, die absteigende Mondknoten bewegt sich dieses Jahr und 2020 auch noch im Schütze. Ich nehme mal das raus von Geburtshoroskop. Diese absteigende Mondknoten. Weil hier bewegt sich zur Zeit, hier im Schütze. Und Mai und auch Juni befindet sich Saturn exakt auf diesem Knoten und aktiviert karmischen Themen, karmischen Erinnerungen. Mai nähert sich Pluto auch auf diesem Knoten, ist schon im Wirkungsbereich. Juni wird auch exakt sein und die wirken dann auch zusammen. Das sind Themen wie Schützethemen, Ausland, Reisen oder eine inneren Reise oder unserem Glauben. Woran glauben wir? Vertrauen wir das auch? Und hier sind die Schulungen, Medien, Informationen. Jupiter vergrößert etwas. Aber Jupiter ist gerade rückläufig und das bremst. Das heißt, wenn man vorhat, etwas vermehren, vergrößern, Jupiter zeigt gerade, überprüfe noch etwas. Es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, etwas zu vergrößern. Oder es kommt vielleicht noch etwas Besseres. Halte das zurück. Halte das zurück. Hier bei dieser Rückläufigkeit kann auch Themen sein von Vergangenheit. Jupiter bewegt sich in Skorpion. Und das heißt, in deinem Geburtshoroskop ist Jupiter auch hier. Und jetzt hast du ein Jupiter-Wiederkehr. Eine Jupiter-Wiederkehr und aktiviert bei dir Themen Werte, Besitz, Selbstwertgefühl und Finanzen. Die Rückläufigkeit bremst noch. Oder hast du finanziellen Themen, was mit der Vergangenheit etwas zusammenhängt. Oder sollst das Geld zurückhalten und noch nicht investieren, weil das vermehrt sich nicht. Erst dann, wenn Jupiter direktläufig wird und ändert die Richtung, dann hast du auch Glück. Dann hast du auch Glück, weil Jupiter ist auch das Glücksplanet. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt. Und diese Kraft haben wir Frauen auch. Und wir brauchen auch diese Mars-Energie. Weil damit können wir uns behaupten. Mars ist männlich. Eine männliche Energie. Also zeigt auch der Mann. Und im Geburtshoroskop, da hast du hier Mars, bedeutet der Partner. Aber bei diesem Transit, bei dieser Bewegung kann auch eine andere männliche Person auch sein. Ein Beamter. Oder ein Anwalt. Oder ein Arzt. Oder ein netter Nachbar. Oder jemand von Familie. Kann natürlich auch der Partner sein. Ganz klar. Diese männliche Energie ist im Stier. Also bewegt sich hier im Stier. Und das kann bedeuten, dass du an deine inneren Kraft vertrauen sollst. Kann bedeuten, du sollst deine Kraft einsetzen auf Besitz. Das ist Stierenergie. Und auch um Finanzen. Kann auch bedeuten, dass du hier eine erbschaftliche Situation hast. Und musst du dich behaupten, kraftzeigendig durchsetzen. Oder hast Kontakt zu einer männlichen Person. Und hier im achten Lebensbereich ist auch die Intimität. Und das steht natürlich auch mit Mars in Verbindung. Mars und Venus. Venus. Ja, das ist die weibliche Energie. Das bist du als Frau. Mit Venus-Einfluss bringen wir etwas in Harmonie. Oder wir verschönern etwas. Oder zeigt unsere Kreativität. Venus ist weiblich. Bedeutet auch Frau. Im Geburtshoroskop bist du das, diese Frau. Bei diesem Transit können auch andere Frau oder Frauen sein. Eine Nachbarin oder eine Kollegin oder eine Freundin. oder Geschwister. Also kann auch eine andere Frau sein. Venus ist die Liebesplanet. Also aktiviert immer wieder auch mal die Liebe. Also das sind die Venus-Themen. Venus bewegt sich hier in Fischen. Und das bedeutet, wenn das um Liebe geht, dann sollst du Vertrauen, das Fluss des Lebens, das ist alles in Bewegung, kommt von alleine, bleib in diesem Vertrauen. Wenn das um Gesundheit geht, dann kann das bedeuten, dass du gerade Termin hast im Frauenarzt. Wenn im Alltag und die Arbeit betrifft, dann entweder deine Kreativität oder kommt wieder Harmonie. Oder hast du Kontakt mit einer oder mehreren Frauen, das kann auch Kolleginnen sein. Dies sind die Themen, was diese Venus-Bewegung hier im sechsten Lebensbereich auslöst. Merkur ist auch hier. Das kann Gespräche bedeuten oder Verträge. Oder auch ein Arzttermin. Sonne zeigt die Monatsthemen. Und das ist die kleine Uhrzeige in diesem kosmischen Uhr. Sonne ist im Widder, mindestens am Anfang des Monats und am Mitte des Monats ist schon im Stil. Aber ich setze Sonne noch im Widder. Das ist immer im Mitte des Monats, ändert sich dann die Tierkreis zeichnen und auch die Lebensbereiche. Also hier Anfang Mai, hier im Widder. Das heißt Monatsthema ist dann Liebe Partnerschaft. Die Mondphasen. 18. Mai ist Vollmond im Waage. Vollmond bedeutet, es wird etwas beleuchtet. Und das sollen wir auch anschauen. Das sind Waage-Themen. Und dazu gehört Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit. Oder inneren Gleichgewicht. Oder etwas ausgleichen, vergleichen oder etwas in Harmonie bringen. Und Liebe Partnerschaft. Oder etwas verschönen. Die Kreativität leben. Und das hast du hier. Also das wirkt auch auf deine Persönlichkeit. 26. Mai ist Halbmond im Steinbock. Halbmond bedeutet, dass Sonne und Mond, die beiden Lichter, in Spannung sind. Und diese Spannung spüren wir. Das sind Steinbock-Themen. Und das heißt, wenn wir Ziele haben und das ist so mühsam und wir müssen geduldig sein und das geht nichts voran. Und dann kommt der vierte Lebensbereich dazu. Spannung zu Hause oder außerhalb ist alle nervös und es wäre gut zurückhaltend zu sein. Zu Hause bleiben. Oder eine kleine Reparatur kann dieser Halbmond auch hier auslösen. Juni. Sonne und Merkur ist im Stier. Monats-Thema ist Besitz, Finanzen, Ämten und die Transformation. Auch das Loslassen. Mit Stier neigen wir dazu, etwas festzuhalten. Mit Merkur-Energie hier kann um Handlungen gehen oder Terminen oder ein Vertrag. Venus ist eben wieder, also dieser Liebesplanet aktiviert hier die Liebe-Partnerschaft. Und Mars ist in Zwillingen und das kann bedeuten, dass du deine Kraft einsetzt und organisierst etwas, eine Reise. Zum Beispiel kann auch bedeuten, dass du auf einer Reise einen Mann kennenlernst. Kann auch bedeuten, dass dieser Mann von Ausland kommt oder bekommst du einen Nachritt von Ausland. Kann auch bedeuten, dass du eine inneren Reise hast, also die Spiritualität und da setzt deine Kraft ein. Oder hast du hier Verbindung zu einer männlichen Person. 22. Juni ist Neptun rückläufig. Hier. Und das heißt all das, was du so vorstellst. Neptun ist die Vorstellungskraft, die Fantasie, die Träume, die Visionen. Das hat mit Vergangenheit etwas zu tun. Oder es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, diese Träume im Tat umsetzen und verwirklichen. Sondern du arbeitest daran. Das kann auch hier Kunst, Kreativität sein. 3. Juni ist Neumond im Stier. Hier im Stier. Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation über Stierthemen wie Besitz oder Loslassen. Oder Geld. Oder mal die Tage genießen. Stier genießt das Leben. Das ist auch hier ein wichtiges Thema. 10. Juni ist Halbmond im Löwe und das heißt Spannung. Hier im Löwe. Entweder hast du Wünsche, Sehnsüchte und fangst an, daran zu zweifeln. Und in dem Moment werft das alles zurück. Oder hast du Spannung in einer Gruppe oder im Freundeskreis. 17. Juni ist Vollmond im Skorpion. Das wird beleuchtet. Da musst du da hinschauen. Das sind hier die Skorpion-Themen. Die Gefühle transformieren. Raus aus negativen Gefühlen. Übergehen auf positiven Gefühlen, weil das befreit. Außerdem Themen noch Werte, Wertschätzung, Besitz, Finanzen. 25. Juni ist Halbmond im Fischen. Das ist Spannung in die Arbeit oder im Alltag. Juli. Sonne und Venus ist in Zwillingen. Nicht nur Sonne und Venus ist in Zwillingen, sondern die aufsteigende Mondknoten bewegt sich ganzes Jahr. Und 2020 auch noch hier in Zwillingen. Und das ist dieser Drachenkopf und das ist die Richtung, was die Seele braucht, da Gedanken zu machen. Und das sind Zwillingsthemen, mehr Leitigkeit, etwas spielerisch betrachtet. Bei dir in deinem Geburtshoroskop zeigt auch in welchem Lebensbereich, welche Richtung sollst du orientieren. Das ist Ausland oder Spiritualität oder Bildung. Und Sonne und Venus ist auch hier. Monatsthema ist auch Reisen. Und Venus heißt, du liebst das oder hast du Auslandskontakte mit einer Frau oder in Richtung Spiritualität. Spürst du deine Kreativität, deine weibliche Energie, deine Intuition oder hast du hier Verbindungen mit anderen Frauen. Mars und Merkur ist in Krebs. Krebs zeigt im höchsten Punkt des Horoskopes dein Ansehen, auch die Öffentlichkeit, deine Zielerreichung oder deine Berufung. Hier kommen die Handlungen, Gespräche, das ist Merkur-Energie. Und Mars ist entweder deine Kraft, dass du dich durchsetzt, oder hast du Unterstützung oder Begegnung mit dieser männlichen Person. Oder mehreren männlichen Personen kann auch sein. 8. Juli ist Merkur rückläufig. Und das heißt, wenn du handeln möchtest oder Termine hast oder einen Vertrag unterschreiben möchtest, das wird noch gebremst. Oder sollst du noch etwas überprüfen, nicht zu stürmisch handeln. Natürlich, wenn Mars auch hier ist, Mars ist der Impuls und Mars stürmt voran, ist aber nicht klug, sondern versucht es in Zaum zu halten, etwas bremst. Oder diese Rückläufigkeit kann auch bedeuten, dass jemand meldet sich wieder von Vergangenheit und es kann auch dieser Mann sein. 2. Juli ist Neumond in Zwillingen. Neumond ist Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation, wohin geht die Reise. 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau. Und das ist Spannung. Das kann auch sein, dass rundherum sind alle hektisch oder nervös und du sollst dich zurückhaltend verhalten und bleib im Rückzug, weil hier im Jungfrau ist das im 12. Lebensbereich und das bedeutet auch Rückzug. Oder jemand anderer ist im Rückzug und das bringt dich aus der Ruhe. Kann auch bedeuten. 16. Juli ist Vollmond und gleichzeitig Mondfinsternis im Schütze und das ist hier und das aktiviert karmische Themen. Ein Finsternis hat immer mit Karma was zu tun. 25. Juli ist Halbmond im Fischen, Halbmondwiderspannung im Alltag oder bei der Arbeit. 25. August 25. August 25. August Mars bleibt noch hier im Krebs, Sonne und Venus ist auch im Krebs, das heisst Monatsthema ist entweder Familie, das ist die Krebsenergie, oder Ansehen, Anerkennung, Öffentlichkeit, Berufung, all das ist hier was aktiviert wird. Dazu kommt Mars, Venus, die beiden Liebesplaneten. Das kann natürlich bedeuten, dass es um die Liebepartnerschaft handelt und es kommt etwas in die Öffentlichkeit oder du bekommst Komplimenten. Aber es kann auch andere Themen sein, wie zum Beispiel die Berufung zum Leben, dann zeigt es deine Kreativität und deine Kraft und das kommt in die Öffentlichkeit. Die Sonne zeigt auch hier Öffentlichkeit. Merkur ist in den Zwillingen rückläufig, also das sind Themen Ausland. Das kann bedeuten, dass jemand kehrt zurück vom Ausland oder bekommst du eine Nachricht im Ausland von jemandem, wo du schon längst nichts gehört hast. Oder hier handelt es sich auch um die spirituellen Themen und auch Glaubenssätze. Woran glaubst du? Glaubst du an dir selbst? Glaubst du an dein Vorhaben? Glaubst du an Gott? Das gehört auch zum neunten Lebensbereich. Zwölfte August wird Jupiter direktläufig, ändert sich die Richtung, bewegt sich alles vorwärts. Und das erlebst du hier im zweiten Lebensbereich. Also das Geld vermehrt sich oder hast du Gewinnchancen. Zwölfte August wird Uranus rückläufig, hier im Wider. Und das kann bedeuten, dass es in Beziehung nichts vorangeht oder hat das auch mit Vergangenheit was zu tun. Erste August ist Neumond im Krebs. Also wenn hier die Öffentlichkeit handelt, dann sei eher zurückhaltend oder nachdenklich über deine Ziele, über Familie. Siebte August ist Halbmond im Wagen. Das erlebst du hier. Das hat mit deiner Persönlichkeit oder deinem Auftreten was zu tun oder deinem Aussehen. Und dieser Halbmond zeigt Unsicherheit. 15. August ist Vollmond im Steinbock. Das wird beleuchtet. Genau da hinschauen. Das sind Steinbock-Themen. Wie erreiche ich meine Ziele? Dann braucht man auch die Überzeugungskraft weiterzumachen. Die Ziele weiterhin verfolgen. Und das ist die Konzentration. Aber auch Thema Wohnensituation oder alles was mit Immobilien zu tun hat. 23. August ist Halbmond im Wider. Da ist die Unsicherheit oder Spannung in die Partnerschaft. 30. August ist Neumond im Löwe und wird von Regulus bestrahlt. Löwe hast du hier im 11. Lebensbereich, wo deine Wünsche ist. Aber auch Freundschaften. Und hier diese Nachdenklichkeit. Dieser Neumond ist Rückzug. Rückzug. Nachdenklichkeit. Was sind deine Wünsche? Wie erreichst du das? Oder überprüfst die Freundschaften, Bekanntschaften. Wen kannst du vertrauen? Wen kannst du nicht vertrauen? Und wird von Regulus bestrahlt. Und das ist dieser königliche Stern, der Herz der Löwen. Also ein Herzensangelegenheit. September. Sonne, Mars, Venus, Merkur. Alles ist im Löwen. Also Themen sind deine Wünsche oder Freundschaften. September wird Saturn direkt läufig. Das hat eine Bedeutung. Weil bis dahin ist alles gebremst. Und Saturn hat schon einen Einfluss auf unserem Schicksal. Und wenn Saturn dreht sich, dann dreht sich etwas in unserem Schicksal. Es sind Schützethemen. Entweder Reise, Bewegung oder die Richtung zu bestimmen. Oder religiösen Themen. Und hier im dritten Lebensbereich handelt es um Schulungen oder Kontakte mit anderen. Ein Austausch von Informationen oder Medien. Bedeutet aber die dritte Lebensbereich, die Verwandten oder die Nachbarn. Die vertraute Umgebung. 6. September ist Halbmond in Skorpion. Das ist Spannung. Also hier in Skorpion. Das kann Angst bedeuten. Verlustangst oder Schuldgefühl. Das sind Skorpion-Themen. Diese Gefühle auch. Und da haben wir die Aufgabe, diese Gefühle zu transformieren. Dann übergehen auf die positiven Gefühle. Hat einen Einfluss auch auf die Werte oder Finanzen. Also sei vorsichtig mit Geld. 14. September ist Vollmond in Wassermann. Thema Kinder oder Kreativität. Lebensfreude wird hier beleuchtet. 22. September ist Halbmond im Stier. Und das heißt, Spannung mit Ämtern oder erbschaftlicher Situation. Kann auch bedeuten, du sollst was loslassen und neigst du dazu, dich festzuhalten. 28. September ist Neumond im Löwe. Rückzug, Nachdenklichkeit über deine Ziele oder über Freundschaften. Oktober, Sonne, Mars und Venus ist im Jungfrau. Sehr interessant. Die Jungfrau-Energie wirkt und das ist Heilung. Oder Reinigung. Oder etwas in Ordnung bringen. Dann kommen Themen dazu, Themen von zwölften Lebensbereichen. Das sind die Geheimnisse oder die Ursache an etwas. Bei Mars und Venus handelt es sich um die beiden Liebesplaneten. Eine geheime Liebe. Oder jemand erzählt etwas über ihre oder seine Geheimnisse. Und das kann mit Liebe etwas zu tun haben. Wenn du deine Geheimnisse hast, dann schweige, weil Sonne heißt hier, das kommt ins Licht, kommt in Öffentlichkeit. Also lieber nichts erzählen über Liebesangelegenheiten. Hier sind auch die geheime Feinde. Und das kann bedeuten, dass du Glück hast in der Liebe Partnerschaft und hast jemanden, der auf dich neidisch ist. Und das wirst du erkennen. Die Sonne beleuchtet das. Die Sonne öffnet unseren Augen. Und du erkennst auch die Ursache von etwas. Merkur ist im Wagen. Und das heißt, in dieser Zeit wirst du handeln und hast du mehr Gespräche. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze. Das ist Spannung hier. Themen, Prüfungen in die Schule des Lebens. Oder wie kannst du dich behaupten. Und gegen Konkurrenten, Rivalinnen oder bei den Verwandten. 13. Oktober ist Vollmond in Fischen. Beleutert die Themen der Alltag und Arbeit. 21. Oktober ist Halbmond in der Zwillinge. Spannung auf eine Reise. Oder fangst anderen zum Zweifeln, woran du bis jetzt geglaubt hast. 28. Oktober ist Neumond in Jungfrau. Und das bedeutet Rückzug. Mars bedeutet auch die Kraft. Und wenn du müde und kraftlos fühlst in dieser Zeit, ist sehr wichtig, dieser Rückzug, die Ruhe. Im Ruhe liegt auch die Kraft. November. Mars bleibt noch hier im Jungfrau. Sonne ist im Wagen. Monatsthema ist dein Selbst. Deine Selbstdarstellung, dein Aussehen, dein Auftreten. Und mit dieser Sonnenkraft, das strahlt was aus. Also bist du auch wahrgenommen. Hast auch dieses Bedürfnis, in den Mittelpunkt zu sein, wahrgenommen zu werden. Merkur und Venus ist im Skorpion. Und das heißt, das aktiviert Thema Finanzen. Hier kommen Gespräche, Handlungen. Bei Venus Energie. Entweder kommt Geld rein, durch deine kreative Arbeit. Oder durch eine Frau. Oder kann auch bedeuten, dass du Geld ausgibst für schöne Dinge. Und bei Merkur kann auch um Verträgen handeln. Zwischen 1. und 20. November wird Merkur rückläufig. Ab 21. November ist dann Merkur direktläufig. Ändert sich die Richtung. 28. November wird Neptun direktläufig. Und Neptun hat mit Kreativität was zu tun. Oder mit unseren Träumen, mit unseren Visionen was zu tun. Also ändert sich die Richtung. Alles was du vorstellst, kommt endlich in Bewegung. 4. November ist Halbmond im Steinbock. Spannung zu Hause oder eine kleine Reparatur. 12. November ist Vollmond im Wider. Thema wird beleuchtet. Widerenergie wie Neuanfang. Veränderungen, Neuanfang. Oder Partnerschaft. 19. November ist Halbmond im Krebs. Und das ist hier diese Spannung. Das kann bedeuten, dass du in die Öffentlichkeit sein sollst. Und mit dieser Krebsenergie ziehst du dich eher zurück. Oder du möchtest wahrgenommen werden. Und du bist aber übersehen und das verletzt dich. Dann ist wieder dieser Rückzug da. 26. November ist Neumond im Wagen. Und das betrifft dich persönlich hier. Sei eher zurückhaltend. Oder sei nachdenklich. Was könnte es verändern in deinem Aussehen, in deinem Auftreten, in deiner Persönlichkeit. Dezember. Jupiter verlässt die Skorpion und übergeht im Schütze. Und hier vermehrt sich etwas. Das sind die Kontakte und Informationen. Mars und Merkur ist im Wagen. Das kann bedeuten, dass du dich durchsetzen kannst. Du hast auch Handlungen und Gespräche. Kann auch bedeuten, bei Marsenergie, dass du Sport machst und achtest auf die Aussehen. Und möglich ist es auch, dass eine männliche Person durch Gespräche, Verbindungen wirkt auf deine Persönlichkeit. Oder sogar auf dein Aussehen. Und Venus ist auch hier im Schütze. Das kann auch eine Frau sein, wo du durch Schulungen kennenlernst. Oder über Medien. Das kann auch die Internetbekanntschaften sein. 4. Dezember ist Halbmond im Wassermann. Hier kommt Spannung mit Kindern oder Erinnerungen, deinem inneren Kind oder deine Kreativität und Lebensfreude. Kommt ein gewisser Stränge oder fangst anderen an zum Zweifeln. 12. Dezember ist Vollmond im Stier. Thema wird beleuchtet wie Besitz und Finanzen und Erbschaft und Ämter, aber auch Loslassen. 19. Dezember ist Halbmond im Löwe. Wieder diese Spannung, Zweifeln, all das, was du wünschst, was du bis jetzt vorgestellt hast. Das werft natürlich zurück. Oder Spannung in einer Gruppe oder im Freundeskreis. 26. Dezember ist Neumond im Schütze. Und das heißt, halte dich zurück, zieh dich zurück vom Internet oder vom Verwandten. Oder sei nachdenklich, welche Informationen du annehmen möchtest. Oder was möchtest du vermitteln. Das ist ein Austausch von Informationen. Januar 2020. Mars ist in Skorpion. Aktiviert hier Werte und Finanzen. Entweder setzt dich durch und zeigst du Kraft oder kommt dieser Impuls und gibst mehr Geld aus, als du wolltest. Oder eine männliche Person hat einen Einfluss auf die Werte oder deine finanzielle Situation. Sonne-Merkur ist im Schütze-Monats-Thema. Es sind Schütze-Themen wie Orientierung oder Reisen oder Religion. Und dann auch hier das Lernen, Austausch von Informationen oder Schulungen oder dich behaupten gegen Konkurrenten. Und hier bei Merkur-Energie ist das Lernen oder Kommunikation. Venus ist im Steinbock und das heißt, du verschönerst etwas zu Hause. Oder hast du Glück im Bereich Immobilien. Februar. Sonne ist im Steinbock, Monats-Thema ist dein Zuhause oder die Basis, die Fundament dieser Bedürfnis zu haben. Hier bin ich endlich angekommen. Das gibt mir Halt im Leben. Und Venus-Merkur ist im Wassermann und hier sind Gespräche, Verbindungen. Das kann Kinder sein, Kinder sein und das ist weiblich mit dieser Venus-Energie. Oder das ist die Liebe und du genießt es auch. Das ist die Lebensfreude. März 2020 Pluto und Saturn übergeht im Steinbock und bleibt ziemlich lange hier. Saturn etwa zwei Jahre lang, Pluto noch länger und aktiviert bei dir Steinbock-Themen und das heißt Ziele setzen. Geduldig zu sein, diese Ziele auch verfolgen, das ernst zu nehmen und aktiviert deine Wohnsituation. Das kann natürlich bedeuten, dass du dich wohnlich veränderst in dieser Zeit. Sonne und Merkur ist im Wassermann. Monats-Thema ist Kreativität oder Kinder- oder Lebensfreude. Merkur steht in Verbindung zum Kinder- und Jugendliche. Und das kann bedeuten, dass du da Kontakte hast oder kommen die Erinnerungen an diese Zeit. Aber es zeigt auch Lebensfreude und Kreativität. Und Venus ist im Wider. Das heißt, dieser Liebesplanet beträgt im siebten Lebensbereich, wo die Liebe Partnerschaft ist. Bei Wider kann das auch Neuigkeiten sein oder ein Neuanfang. Und April 2020, Venus übergeht im Stier. Und hier handelt es sich um Wandlung, dass du immer mehr mit deiner Weiblichkeit bewusst bist. Kann auch Intimität auch hier bedeuten in achtem Lebensbereich. Oder dass du ämterliche Sachen hast, was mit Finanzen was zu tun hat. Also Banken, Versicherungen, Finanzamt oder Erbschaft. Und Venus bringt dir Glück oder Kontakt zu einer weiblichen Person. Mars ist hier im Steinbock. Sonne und Merkur ist in Fischen. Und das heißt, hier ist die Monatsthema, dein Alltag, deine Arbeit. Bei Merkur kann das um Terminen sein oder Verträge oder Gesprächen. Und Mai 2020. Sonne und Merkur übergeht im Wider. Venus in den Zwillingen. Und hier ist die Monatsthema, liebe Partnerschaft. Kommen auch Gespräche oder bekommst du eine wichtige Nachricht. Das ist die Merkur-Energie. Venus hier, ein Einfluss auf Reisen oder Spiritualität. Oder Kontakt mit einer Frau im Ausland ist auch möglich. Mars bleibt im Steinbock. Genau, so ist richtig. Liebe Doriela, so könnte ich dein Jahreshoroskop beschreiben. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.